Jetzt haben wir alles freigeschaltet. Jetzt sind wir bei den Prestigemissionen und schauen uns das mal einfach nur kurz an, was jetzt passiert. So. So Leute, Epic Games hat uns einen Creator-Code gegeben. Ihr könnt ihn eintragen unten rechts im Items-Shop sofort U-Gleich TTV, dann auf Annehmen drücken. Das unterstützt uns sehr und ihr zahlt keinen einzigen V-Bug drauf, sondern unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Erstmal habe ich jetzt hier hinten Kizune freigeschaltet, weil ich jetzt auf Stufe 45 gekommen bin. Ja, und jetzt gucken wir mal hier weiter. Sammle einen legendären Gegenstand in drei verschiedene Matches auf. So, und dann habe ich jetzt hier hinten beim Rabiatenplündern dieses Trophäennetz. Das ist das Rückenaccessoire. So, und schauen wir mal, was gibt es denn dann überhaupt. In der zweiten Stufe bei den Prestigemissionen. Prestigepaket! Also erstmal, so sieht das Teil aus. Schon ziemlich cool, muss ich sagen. Prestigepaket. Alles klar. Okay. Hier hinten gibt es dann für den X-Meister einen neuen Style, den Jäger. Füge innerhalb von 30 Sekunden nach der Landung aus dem Schlachtenbus eine Truhe und eine Munitionskiste. Zerstöre Beutetrohnen innerhalb von 60 Sekunden nach der Landung aus dem Schlachtenbus. Eliminiere einen Gegner innerhalb von 30 Sekunden, nachdem du eine Sprungfläche verwendet hast. Also im Endeffekt die gleichen Aufgaben wieder ein bisschen verschärfter, so wie immer. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal bitte einen Daumen da oben. Schreibt bei den Kommentaren mal nicht den Kanal. Und schade es sich mal wieder an, wenn es wieder heißt, Fortnite, Tipps und Tricks mit mir immer gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann. Und tschüss.